Also, erste binomische Formel, das erste zum Quadrat, 5 hoch 2 ist 25, plus 2 mal das erste, mal den zweiten, plus das zweite zum Quadrat, 4 hoch 2 ist 16, x hoch 2 ist x hoch 2. So, nächster Schritt, wir fassen das zusammen, 25 plus 2 mal 5 ist 10, mal 4 ist 40. Das x darf ich nicht vergessen, plus 16 x Quadrat. So, erste Aufgabe gelöst. Also, als erstes die Zahl zum Quadrat, das ist 9, dann 2 mal 3 mal 2 und dann noch die 2x zum Quadrat. Das ist falsch, irgendwas ist falsch. Warum? Nein. Jetzt passiert. Hast du mal gemacht? Nein, das ist falsch. Das ist ja so. Mach x! Nein. Ach, das ist falsch. 2 mal. Das ist falsch. Das ist falsch. Das stimmt schon so. Und dann einfach zusammenfügen. Also, 9 plus 2 mal 3 ist 6 und 6 mal 2 ist 12, x und hier das bleibt. 4x Quadrat sind gleich 16 x Quadrat. Dann rechnen wir 2 mal das erste mal das zweite. Und dann rechnen wir das letzte Buch 2. Das sind dann 16 bis zum Quadrat. Das sind dann 18 bis zum Quadrat. Das sind dann 18 bis zum Quadrat. Das sind dann 18 bis zum Quadrat. Das ist 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 dann 18 bis zum Quadrat.